herzlich willkommen heute neue folge seiten die die welt nicht braucht heute etwas besonderes für euch rausgesucht eine seite die sinnlos ist wie immer aber ist im wahrsten sinnes des wortes auch schrecklich ich zeige sofort die seite die seite heißt habe ich hier anna somia.com und schon den hintergrundmusik kann man die auf die webcam schalten möchte ich nicht ich gehe ohne es webcam und was passiert der sommer ok schön der schmetterling aha ok und kleines mädchen die kleine mädchen sagt dass ich die licht ausschalten soll mache ich auch jetzt ist ganz dunkel oh oh ja was passiert oh oh schrecklich oh je wenn kleine mädchen jetzt träumt albträume ja ich kann wie ihr seht nicht mehr mit der seite interagieren ich muss mir die ganze abend drauf dem mädchen angucken also die musik ist schon ein bisschen steiglich was ist das denn unglaublich was man von der seite haben kann sie muss auch ganz alle aber die seite ist auch auch sehr genial schrecklich aber auch sehr sehr faszinierend hat hier keine ende bin ich neugierig was noch weiter passieren kann ja und geht es ihm weiter passiert sie immer nicht ja ok ok schluss jetzt ja licht aus nein doch aber ja 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 ja